Weiteres Aufzugsergebnis, Danichi Koifam, Nidata, 65 Zentimeter hohakt, jetzt frisch Sansai, 28 Monate altes Tier, auch sehr, sehr guter Körperbau, sehr lang gestreckt, sehr schön schrumpft vorne, der hat's Lust, auch sehr, sehr gute Entwicklung, absolut zufriedenstellend. Das Größte ist okay für den Sansai, nicht zu groß, nicht zu klein, aber wie gesagt, der wichtige Punkt ist der vielversprechende Körper, der hat einfach immer noch sehr, sehr langes, hoch aufgestelltes, gute Rückenkonturen hat, die Fische hier im Teich, wie gesagt, haben so ein bisschen Hautflüber drauf, da müssen die Jungs jetzt dringend mal drangehen, aber ansonsten sehr, sehr gute, gute Entwicklung für den Körperbau und auch das Potenzial, was der Körperbau jetzt aussagt über seine zukünftige Entwicklung, sag ich mal, das, was der Bücher jetzt ausstrahlt, für das, was er in Zukunft bringen kann, ist auch sehr, sehr gut.